Der britische Popsänger Harry Styles ist der große Gewinner der Brit Awards, die am Abend in London verliehen wurden. Der 29-Jährige gewann die Preise in allen vier Kategorien, in denen er nominiert worden war, darunter Album des Jahres und Künstler des Jahres. Die Brit Awards zählen neben den in den USA verliehenen Grammys zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt.